Also hier kommt jetzt unser Hamburger Frustvideo. Aber eigentlich liegt es an mir. Ich bin total frustriert. Und ich habe jetzt gerade das Handtuch geschmissen, weil wir bei Niesel, Regen und Eistemperaturen losgefahren sind. Jetzt nieselt es gerade wieder nimmer, dann nieselt es wieder, dann nieselt es wieder nimmer. Und dann habe ich gesagt, nee, stopp, zurück nach Hamburg. Und ich mach das nimmer mit mehr. Wir haben seit Berlin ein schlechtes Wetter. Toni bestreitet es zwar, aber wir haben kalte Temperaturen, Gegenwind, dann mal wieder Regen. Also der Satellitenfilm sieht auch für Norden Deutschland scheiße aus. Ja, also wir sind jetzt echt, hm. Da habe ich schon gesagt, okay, brechen wir ab. Aber das lassen wir uns natürlich jetzt auch irgendwie nicht nehmen. Darum werden wir jetzt von Tag zu Tag entscheiden. Also wir werden jetzt den heutigen Tag nach Bremen nicht radeln, sondern wir fahren mit dem Zug dahin. Da kann man mal was sagen. Ja, wir fahren mit dem Zug nach Bremen und morgen wollen wir dann Richtung Weserradweg aufbrechen. Ab morgen sagt die Wettervorschau, dass es zumindest 20 Grad und etwas Sonne haben soll. Und dieser extrem kalte Wind soll sich ab morgen legen. Dann schauen wir uns mal den Weserradweg an. Und wenn das alles Blödsinn ist, dann werden wir wohl irgendwie schauen, dass wir schnell nach Bayern kommen. Weil da ist das Wetter, soweit wir das auf der Wetterkarte sehen, extrem sommerlich schön. Und dann, ja, aber jetzt, wie Simonisch gesagt hat, wir entscheiden jetzt von Tag zu Tag. Jetzt bleiben wir noch im Norden rüber zu den Stadtmusikalen nach Bremen. Hund l massive! Und das nun?